Welche Präposition braucht das Verb sich kümmern? Ist es für, an oder um? Korrekt! Es heißt sich kümmern um. Und wir brauchen natürlich den Akkusativ. Hier zwei Beispiele. Sie hat sich, aufopfernd, um ihre kranke Mutter gekümmert. Kümmerst du dich bitte heute um den Einkauf? Ich muss länger arbeiten. Und wir brauchen richtig! Und wie gesagt wird es nächst